Ja, hallo Sabine, hallo Claudia, hallo Monika, hallo Antje, hallo Anke, hallo Stefanie, hallo Lilly, hallo Claudia hatten wir schon, Petra, Jessica, Lucy und Lilly und überhaupt alle Frauen, Mädchen, Frauen, Frauen, die ich kenne, ja, oder Frauen dieser Welt, die diesen Namen tragen. Ich hoffe mal nicht, ich behellige euch damit, wenn ich diesen Namen, vielleicht mal versehentlich oder auch extra, weil es sehr schön ist, wenn mir in meinen Videos vorkommt, euren Namen, freue ich mich ja darüber, so tolle Frauen zu kennen. Ich hoffe mal, ihr lasst euch nicht behelligen davon, wenn euch das stört, dass ich euren Vornamen nenne, wo natürlich sofort jeder weiß, wer ihr seid und wo ihr wohnt. Oder dass ihr meine Trauzeugen seid, ne, und dann sagt mir Bescheid, ich werde es dann lassen, diesen Namen auch noch mit Nachnamen zu benennen.